Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Ja, heute gehen wir in die Antarktis mit der Frage, auch ja ein schmutziges Geheimnis steckt möglicherweise im Eis der Antarktis. Ich habe ein Video gesehen auf einem englischsprachigen YouTube-Kanal von Sean Ryan. Also in der Sean Ryan Show lässt er einen Feuerwehrmann, der früher für Raytheon gearbeitet hat, also einer der größten amerikanischen Waffenkonzerne in der Antarktis, lässt er zu Wort kommen und was er sagt, ist extrem interessant, weil er sagt, dass dieser Ice Cube Neutrino-Detektor, der dort in der Südpolstation sozusagen betrieben wird, dass er eben nicht nur ein Teleskop ist, der Neutrinos detektiert, sondern er sagt, es ist gleichzeitig auch die größte Direct Energy Weapon und ist, und das sagt er eben darüber hinaus ganz explizit, verantwortlich für ein Erdbeben in Neuseeland. Ganz, ganz spannend. Es geht um noch mehr Themen in diesem Video. Darauf will ich jetzt erstmal eingehen und vor allem, also auch in meiner Art, dich daran führen. Also erstmal recherchieren, was ist das alles, wie funktionieren diese Systeme und wie logisch und wie schlüssig ist das. Also wie immer an dieser Stelle ganz, ganz herzlich willkommen und ja, wir steigen auch gleich mal direkt ein. Also das Video bei der Sean Ryan Show heißt Antarktiker Firefighter for Raytheon Exposes Scary Earthquake Weapon. Also wie ich ja schon gesagt habe, dass, ja er sagt, ein Feuerwehrmann, der in der Antarktis gearbeitet hat, für Raytheon halt eben enthüllt, dass es dort eine gruselige Erdbebenwaffe gibt. Und dieser Mann heißt Eric Hecker und er sagt selbst in dieser Show, dass er von 2010 bis 2011 Tradesman and Firefighter war. Also sozusagen als Handwerker und auch als Feuerwehrmann dort angestellt war. Und also er sagt halt eben, at the South Pole Station gemeint ist die, auf Deutsch, Amundsen-Scott-Südpol-Station. Also laut seiner Aussage war er jeden Sommer als Klempner da und im Winter als Feuerwehrmann. Und das hat halt eben den Vorteil gehabt oder es war halt auch Teil seiner Position, dass er dadurch alle Bereiche kannte. Also nicht nur kannte, sondern kennen musste, um halt eben da auch, wenn irgendwas passiert ist, also als Klempner, dann eben da hingehen konnte, um es zu reparieren. Deswegen musste er auch die Funktionsweise der Systeme dort vor Ort kennen. Und andersrum natürlich auch, wenn es irgendwo brennt, dass er halt weiß, also wo ist was? Was sind da für Technologien, für Maschinen und wie geht man vor im Falle eines Falles? Ja und er sagt auch direkt am Anfang, dass dort in dieser Amundsen-Scott-Südpol-Station Technologien nicht nur verborgen sind, sondern eben auch, also ganz explizit aus seiner Sicht zum Einsatz kommen, die den meisten Menschen unbekannt sind und deren Funktionsweise sie sich gar nicht vorstellen können. Und er benennt es auch sehr direkt als DEWS, also aus dem Englischen Direct Energy Weapon Systems und sagt, also dass diese Art von, also ja Strahlenwaffen oder vielleicht eher Energiewaffen unbedingt in den Wortschatz der, also der normalen Menschen aufgenommen werden sollte, weil das halt schon sehr, also altes Thema ist, alt im Sinne von Technologie, die sich ja ständig weiterentwickelt, aber ja den meisten Menschen noch völlig unbekannt ist. Und er sagt halt eben, dass genau mit dieser Art von System Erdbeben über den ganzen Planeten nicht nur erzeugt werden können, sondern er sagt auch ganz explizit 2011 in Neuseeland, in Christchurch, da ist das passiert, wobei aus seiner Sicht das halt eben ungewollt war. Aber dazu gleich noch mehr. Erstmal kurz Raytheon, wer es nicht kennt, also wer war das, muss man sagen? Also es war ein US-amerikanischer Rüstungs- und Elektronikkonzern mit Sitz in Waltham. Das Unternehmen fusionierte dann 1997 mit UGIS Aircraft und ging 2020 in Raytheon Technologies auf. Und er sagt auch, interessanterweise hat einer der größten Rüstungskonzerne, also amerikanischen Rüstungskonzerne, gleichzeitig auch einen Vertrag, um halt eben in die Antarktis fliegen zu dürfen oder Technologien zu bauen und zu unterstützen, die halt eben die Antarktis versorgen. Also es ist schon so ein bisschen komisch, auch im Hintergrund des Antarktis-Vertrages, wo wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, wo er sagt, also hätte es nicht auch jemand anderes sein können. Aber wie gesagt, diese Überschneidung ist da. Und das Unternehmen von Raytheon, die das gemacht haben, war die Raytheon Polar Service Company. Und also war halt eben eine Abteilung von Raytheon, die Logistikbetrieb und Personal für die Operation der National Science Foundation in der Antarktis und in antarktischen Gewässern bereitstellte. Also was die NSF, also die National Science Foundation genau ist, komme ich auch gleich noch darauf zu sprechen. Weil man muss wirklich mal so ein bisschen verstehen, hey, was passiert da eigentlich, um auch greifen zu können, was dieser Eric Hecker da in der Show eigentlich sagt. Ganz kurz noch zurück zu dieser Polar Service Company von Raytheon. Der Vertrag mit dem Antarktis-Programm der Vereinigten Staaten lief am 30. März 2012 aus. Und auch interessant, was da so passiert, nur noch so kurz eine Randnotiz aus diesem Artikel, was da so passieren kann. Zu Weihnachten 2007 mussten zwei Mitarbeiter von Raytheon von der Südpolstation evakuiert werden, nachdem der eine dem anderen bei einer betrunkenen Weihnachtsprügelei den Kiefer gebrochen hatte. Also ist mir noch nie passiert, aber ja, interessant, mal am Rande. Aber was viel, viel wichtiger ist, das kennen einige von Frank Stoner, seitdem, ich muss schon wieder lachen, hat genau diesen Vertrag Lockheed Martin. Und auch da sagen wieder Leute, äh, kommt mir da auch bekannt vor. Ja, es ist auch ein weiterer der größten amerikanischen Rüstungskonzerne und hat diesen ASC, also Antarktis Support Contract. Also letztendlich bei Frank Stoner hat er ein sehr gutes Video über die Antarktis gemacht. Da hat man ja nur kurz dieses Bild gesehen und man durfte sich fragen, ja, was macht denn schon wieder ein Rüstungskonzern in der Antarktis, wenn da ja eigentlich militärisch nichts gemacht werden darf. Aber die bauen zum Beispiel die immer noch gängigen Frachtflugzeuge, die Lockheed C-130. Das sind so Flugzeuge mit Kufen, die da überhaupt landen können. Aber es ist schon interessant. Man könnte sagen, naja, das sind jetzt nun gerade die, die die Technologie bauen können. Dann könnte man aber auf der kritischen Seite sagen, naja, aber die bauen halt eben auch noch andere Technologie, die ja in die Antarktis gar nicht hin darf. Sollte man es vielleicht nicht besser trennen? Naja, aber wie gesagt, es ist so, wie es jetzt halt eben nun mal gerade ist. Und ich fühle dich da halt auch ran, dass du dir wieder deine eigenen Schlüsse daraus ziehen kannst. Also im Grunde alles, was heute in die Antarktis geflogen wird und auch ausgeflogen wird, wird mit diesen Lockheed C-130 Flugzeugen gemacht. So und jetzt mal die Frage, über welche Budgets reden wir? Ich habe ja gerade schon gesagt, die NSF, die vergibt ja diese Budgets über viele Jahre. Und jetzt mal also nur zu Lockheed Martin, die ja gerade noch den Vertrag haben. Das habe ich hier gefunden auf science.org. Sie schreiben, Lockheed Martin hat einen Auftrag im Wert von bis zu zwei Milliarden Dollar zur Unterstützung der amerikanischen Wissenschaft in der Antarktis erhalten. Die NSF wählte den in Maryland ansässigen Luft- und Raumfahrtriesen in einem Wettbewerb aus, in dem eine Rekordzahl von sieben Bietern teilnahm, darunter der etablierte Anbieter Raytheon Polar Services, die ja vorher den Vertrag hatten. Der Vertrag, der bis 2025 läuft, also immer noch aktuell ist, dürfte der größte in der Geschichte der Behörde sein. Also ich habe es schon gesagt, halten wir ganz kurz fest bis hierher. Zwei der größten amerikanischen Rüstungskonzerne unterstützen wissenschaftliche Forschungsprojekte mit Milliarden Budgets ganz offiziell im Herzen der Antarktis. Aber also zivil darf natürlich keiner dorthin. Und ja, wenn man es halt eben doch macht, man braucht viele Genehmigungen, die in der Regel abgelehnt werden. Und natürlich werden Genehmigungen nur an die vergeben, die da also auch schon so mit verbandelt und verklüngelt sind. Ja, und wenn man dann doch mal hingeht, dann erfährt man relativ schnell Widerstand. Es gab ja schon einige auch Extremsportler, die da die Berge besteigen wollten und die können ein Lied davon singen, dass es nicht leicht ist und dass man auch danach sehr viel Ärger bekommt. Oder man wird halt gleich einfach von irgendwelchen patrouillierenden Schiffen vorher abgefangen. Gibt es ja auch viele Videos. Aber wie gesagt, genau mein Humor, ja, man darf nicht hin. Und man muss natürlich vertrauen, dass die zwei größten amerikanischen Rüstungskonzerne dort natürlich im besten Sinne der Wissenschaft nur Versorgung betreiben. Dann ist natürlich spannend, was Eric Hecker sagt, weil er sagt natürlich was ganz anderes. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Antarktis-Vertrag, nur um das einmal kurz nochmal abzurunden. Und das ist auch interessant, um die Aussagen von Eric Hecker zu verstehen. Also der Antarktis-Vertrag ist eine internationale Übereinkunft, die festlegt, dass die unbewohnte Antarktis zwischen dem 60. und 90. Grad südlicher Breite ausschließlich friedlicher Nutzung, besonders der wissenschaftlichen Forschung, vorbehalten bleibt. Und was halt auch interessant ist, da ist natürlich nicht die Frage, was war denn da vor? Also das heißt nur, also ab diesem Zeitpunkt ist das jetzt festgelegt. Und Eric Hecker sagt auch, naja, wenn da vorher schon was da war, das fällt dir jetzt nicht faktisch unter diesen Vertrag. Das ist nochmal, ja, nochmal nur so eine Randnotiz. Und jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Kern dieses Videos, zu diesem Ice Cube Neutrino-Detektor. Und er sagt, er ist halt eben nicht nur ein, ja, passives Teleskop. Also letztendlich, ich erkläre dir auch gleich, wie das funktioniert. Sondern, also er sagt, dass es halt eben auch die Möglichkeit hat, Energie abzustrahlen. Und er geht sogar noch weiter und sagt, dass diese, also nicht nur einfach so unkontrolliert in die Umgebung abgegeben wird, sondern dass die halt eben gebündelt und punktgenau auf einen Punkt ausgerichtet werden kann. Plus darüber hinaus halt eben eine, ja, Welle benutzt, die halt eben, naja, also, oder anders gesagt, dass halt eben diese Art von Technologie ganz anders funktioniert, als alles, was wir kennen. Also wenn man jetzt, er sagt so das Beispiel, wenn man jetzt eine Pistole hat und schießt, dann fliegt dieses Projektil. Und das ist aber eine komplett andere Technologie, wenn man halt mit Energie arbeitet, sozusagen. Die kann halt auch durch Gegenstände hindurchgehen oder wird zum Beispiel über die Ionosphäre reflektiert. Also das ist halt eben was. Und deswegen sagt er es halt auch, womit sich überhaupt mal die Öffentlichkeit auseinandersetzen sollte, weil das gibt es also schon Jahrzehnte sozusagen. Aber es ist noch gar nicht abschätzbar, was damit nicht nur im Zivilen Positiven gemacht werden kann. Gucken wir uns vielleicht einmal an, um es besser zu verstehen, wie dieses, also im Englischen Ice Cube Observatory funktioniert. Also es ist ein Hochenergie-Neutrino-Observatorium, das Teil der Amundsen-Scott-Südpolstation in der Antarktis ist. Und seit 2010 werden in einem Volumen von einem Kubikkilometer Hochenergie-Neutrinos registriert, wenn diese mit Bestandteilen des Eises reagieren. Und auch interessant, also hier schließt sich der Kreis zu diesem oder zu dieser NSF-Behörde, die Gesamtkosten für diesen Neutrino-Detektor stammen überwiegend eben von dieser amerikanischen Wissenschaftsstiftung NSF. Also 270 Millionen Dollar hat es gekostet. Und dann darf man sich jetzt auch mal fragen, oder das habe ich mich gefragt, woher kriegt die NSF eigentlich das Geld? Also es ist ja immer ganz gut, der Spur des Geldes zu folgen. Hier auf Datei-Wiki habe ich gefunden, eine unabhängige Bundesbehörde der Vereinigten Staaten mit einem Jahresetat von sportlichen 8 Milliarden Dollar. Also da kann man schon einiges finanzieren. Und wenn das Geld dann halt eben auch an wieder amerikanische Rüstungskonzerne fließt, ist es schon ganz spannend, was da für ein Konstrukt entsteht. Und wer finanziert die NSF? Die National Science Foundation wird von der US-Regierung finanziert. Jedes Jahr stellt der Kongress der NSF Mittel zur Verfügung, die dann zur Unterstützung einer Vielzahl von Forschungs- und Bildungsaktivitäten verwendet werden. Ja, also die amerikanische Regierung vergibt also Gelder an die NSF, die diese dann an Rüstungskonzerne weitergibt, die natürlich rein wissenschaftliche Projekte an einem Ort durchführen, wo niemals ein Zivilist sozusagen hingehen kann, um es mal neutral zu überprüfen. Tja, muss man ja sagen, also genau mein Humor. Aber bleiben wir mal beim Aufbau dieses Neutrino-Detektors. Selbstendlich kannst du dir das so vorstellen, dass in das Eis Kabelstränge eingelassen wurden, also mit einem Bohrer, der auch mit Heißwasser arbeitet. Es gibt 86 dieser Kabelstränge. Und jetzt kommt es, was eigentlich wichtig zu verstehen ist, da sind halt Sonden dran. Die heißen auf Englisch Digital Optical Modules, also kurz gesagt DOMS. Und an jedem dieser Strangen sind bis zu 60 Sonden. Und diese Sonden wurden später nochmal aufgestockt. Und das ist genau, was der Eric Hacker sagt. Diese Sonden können eben nicht nur diese Lichtblitze um sich herum detektieren, sondern sie können auch ausstrahlen sozusagen. Sie können auch Energie ausstrahlen. Und durch diese Konstruktion hat man dann halt eben die Möglichkeit, diese ausstrahlende Energie auch zu lenken. Hier mal kurz, wie das gebaut wurde. Also mit heißem Wasser wurden Löcher gebohrt. Und die wurden dann, also diese DOMS wurden dann in die Tiefen zwischen, sagen wir mal 1500 und 2500 Metern platziert. Haben ungefähr auch die Größe eines Basketballs. Also hier auch mal so Bilder, dass du siehst, das sind so, ja, Fotomodule. Die funktionieren jetzt, um das auch nochmal ein bisschen zu verstehen. Also war auch für mich eine super spannende Bildungsstunde. Die Neutrinos treffen in der Antarktis mit dem Wasseratomkern im Eis aufeinander. Und dann reagieren der Kern und das Neutrino und werden dann dabei halt eben auch zerstört. Und bei dieser Reaktion entsteht ein Muon, was zu einem blauen Blitz führt. Also die sogenannte Sharing Cough Radiation. Und diese Blitze werden dann von diesen DOMS, diesen Digital Optical Modules, gemessen. Also man sieht halt immer, wann da ein Neutrino praktisch ins Eis eindringt, weil es halt eben reagiert mit dem Wasseratomkern. Und dieser Lichtblitz, der wird dann halt eben gemessen von diesen ganzen Strängen, auch auf einer sehr großen, ja, also auf einer großen Fläche sowieso. Und halt auch auf einer großen Tiefe. Und diese Sensoren, die wurden jetzt vor kurzem erst im antarktischen Sommer 2023 um mehr als 700 optische Module an weiteren sieben Kabelsträngen ergänzt. Also dieses, sagen wir mal, nur als offiziell Teleskop deklarierte, ja, wissenschaftliche Teleskop ist dadurch nochmal leistungsfähiger geworden und dürfte, wenn an den Aussagen von Eric Hecker was dran ist, dann halt eben auch in die imitierende Richtung stärker geworden sein. Ja, er sagt also, jedes dieser DOMS kann halt eben auch 2047 Volt übertragen. Woher er das genau weiß, weiß ich nicht. Ich gebe es dir einfach nur mal wieder. Und ich bin natürlich auch immer sehr gespannt auf die Kommentare. Lest mir das doch gerne durch. Schauen, wohin da die Diskussionen dann noch führen. Aber kurz zurück zu den Aussagen von Eric Hecker. Er sagt, also es ist das weltgrößte Teleskop. Also das ist ja auch seine primäre Nutzungsmöglichkeit und der Grund der offiziellen Nutzung. Und nun, da wir herausgefunden haben, sagt er, dass es auch Strahlung aussenden kann, müssen wir es auch als das weltweit größte DEW-System anerkennen, also Direct Energy Weapon. Es ist verantwortlich für die Erdbeben in Christchurch, so Eric Hecker weiter, in Neuseeland im Jahr 2011. Und er sagt das, weil er damals, also vor Ort war, nicht in Neuseeland, sondern in der Antarktis. Und er sagt, dass Kollegen aus seinem Team zu ihm sagten, dass sie Christchurch zweimal versehentlich getroffen haben, als sie das erste Mal eine große Menge Energie übertragen haben. Gehen wir kurz nach Christchurch, gucken wir uns das auch nochmal an. Das Christchurch-Erdbeben von Februar 2011 war mit einer Stärke von 6,3 das bis dahin stärkste Erdbeben in Neuseeland seit dem Darfield-Erdbeben vom 4. September 2010. Interessant auch, ich habe natürlich geschaut, in welcher Tiefe fand es denn statt. Es war in einer Tiefe von 5 Kilometern. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, wobei ja viele der interessanten Erdbeben, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, immer diese gleiche Tiefe von 10 Kilometern haben, hier in Christchurch waren es 5. Ja, Eric Hecker sagt, das war unbeabsichtigt. Also er ist natürlich Amerikaner und sagt, it was friendly fire. Und sagt aber auch, er weiß nicht, ob es ein ursprüngliches Ziel gab und wenn ja, was ursprünglich anvisiert wurde. Jetzt muss man aber auch mal eine Sache gleich sagen. Also wenn das so hinkommt, wenn das stimmt, dann hat es natürlich weitreichende juristische Folgen. Also davon mal abgesehen, in diesem Video geht es noch viel, viel tiefer und auch um quantenverschränkte Kommunikation. Das werde ich auch gerne nochmal in einem zweiten Video darstellen. Ich glaube für heute in diesem Video ist erstmal genug Informationen da. Also abgesehen von der Frage, wie es sein kann, dass jemand, der eigentlich als Handwerker und Feuerwehrmann sich so tief in diese Themen eingearbeitet hat, ist natürlich klar, was das für juristische Folgen hat. Also sowohl für den Antarktis-Vertrag als aber auch für die Menschen in Christchurch, Neuseeland, wo ja also einiges an Schaden und auch an Menschenleben sozusagen zu Schaden gekommen ist. Und also das ist schon mal ganz interessant. Und nun muss man mal auch so ein bisschen und ich habe mir viele Fragen dazu gestellt. Natürlich kann man es nicht beantworten. Also es wäre zu schön und zu einfach, wenn man einfach recherchiert und merkt so, ah, okay, das stimmt oder das stimmt nur so halb. Also das stimmt, das stimmt nicht. Oder das ist vielleicht auch gezielt ausgesetzt. Also wir müssen uns wieder ja an den Indizien sozusagen entlanghangeln und ein eigenes Bild machen. Und also erstmal fällt mir auf, das ist eines der meistgeklickten Videos der Sean Ryan Show. Also es ist eine sehr, sehr, sehr große Reichweite erhalten, über eine Million Klicks. Und da muss man noch sagen, interessant ist, ein Video zu diesem Thema gerade auf YouTube so eine, also so eine solche Reichweite erreichen darf. Also es ist ja ungewöhnlich, weil er schon sehr explizit ist in seinen Aussagen. Das kann dann also entweder bedeuten, das Video ist harmlos und der YouTube-Algorithmus und der erfasst einfach mal alles, jedes Schlagwort, der sagt so, meh, alles klar, macht nichts, kann online bleiben, während aber andere Videos gelöscht werden, zu viel harmloseren Themen. Kann auch sein, dass es harmlos ist, weil das Thema bereits veraltet ist und nun eben ja gern öffentlich diskutiert werden darf. Also dass auch da wieder ein Interesse besteht, naja, also ich meine, wenn die Technologie jetzt schon, also sogar offiziell 13 Jahre alt ist und aber eigentlich noch weiter zurückgeht, komm, also erzählen wir denen einfach mal, was, also wie krass das alles ist und so, hu, hu, aber eigentlich haben wir doch schon viel bessere Technologie. Das kann halt eben auch sein. Oder es kann halt eben auch sein, dass es sogar gewünscht ist, dass dieses Thema nun die breite Öffentlichkeit erreicht. Und dann folgt natürlich auch die Frage, warum ist es gewünscht, dass dieses Thema die breite Öffentlichkeit erreicht? Also warum möchte jemand, dass es so eine große Reichweite erhält? Also ich weiß es nicht, ja, aber interessant ist auch, wenn man so schaut, hier die Kunst in der Südpolstation, was so alles noch übertragen werden soll. Es wird einfach so unkommentiert in diesem Video gezeigt, wo man sich fragt so, so hä, also was soll das denn jetzt? Also ich gebe damit nur zu verstehen. Ich finde das alles sehr interessant, aber ich bin da auch immer so ein bisschen in der Distanz und schaue mir das erst mal an und schlafe da auch vielleicht sogar sieben Nächte drüber, um halt auch so ein bisschen, ja, meiner Intuition Raum zu geben, mir da halt auch ganz leise was zuflüstern zu können. Und da fallen mir natürlich schon so ein paar Sachen auf. Also ich würde auch dieses Thema nicht einfach unbesehen jetzt einfach so aufnehmen. Ja, ich bin vor allem gespannt, was also jetzt du dazu sagst oder auch, ja, was jetzt wieder noch an neuen Dings dazukommen kann. Also schreib mir auf jeden Fall deinen Kommentar, dein Fazit oder vielleicht das, was ich bei meinem Fazit vergessen habe, unten in die Kommentare rein. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Und ja, wie gesagt, danke an alle, die mich unterstützen und auch danke für das Schauen dieses Videos. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, dein Kai Brenner.